Norddeutscher Rundfunk 2021 Hallo lieber Heine, unglaublich eigentlich, dass du die Füchse verlässt, du warst von den Füchsen kaum noch wegzudenken. Überragendes hast du geleistet und ja, wirklich zu einer Legende dort geworden. Ich möchte gratulieren zu deiner Karriere, zu deinen Leistungen. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht, auf dem Spielfeld, aber auch abseits des Spielfelds. Es hat immer großen Spaß gemacht mit dir. Es war schön mit dir in der Mannschaft gespielt zu haben. Als Gegner habe ich es gehasst, gegen dich zu spielen, aber es war sehr gut. Zum Glück nicht so oft der Fall. Also nochmal, gratuliere zu deinen Leistungen und liebe Grüße aus Wien und vor allem alles Gute für deine nächsten Monate und Jahre. Ciao, ciao! Und Heine fährt der Elf. Ja, lieber Silvio, auch wenn du dir deinen Abschied von den Füchsen wahrscheinlich etwas anders vorgestellt hast, wollte ich einfach mal Danke sagen für die letzten Jahre mit dir. Es hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir konnten einige Titel zusammen gewinnen und ich wünsche dir alles Gute. Bleib gesund und wir sehen uns hoffentlich dann ganz schnell wieder. Moin Heine. Elf Jahre Berlin gehen heute zu Ende. Es spricht natürlich ganz viel für dich, wenn man elf Jahre in einem Verein schafft. Einen großen Respekt, sehr außergewöhnlich. Ich wünsche dir viel Erfolg bei Mesum, außer gegen uns natürlich. Und wir sehen uns. Alles Gute. Tschüss! natürlich auch von wins! Gehen gegen Egoz! Ich bin ein Das ist Spiel, Set und Match für Fuchs in Berlin, die 2015 Champions, der letzte Jahr beantworten, die finalistisch regnet. Liebe Heine, mein lieber Freund, es freut mich, dass ich dich jetzt auch begrüßen darf. Ja, Heine, wir haben zusammen sehr viele Jahre gespielt in Berlin und ich denke, dass das auch für dich sehr gute Zeiten waren, weil das für mich schon. Ich habe von dir sehr viel gehört und ich vergesse dich nicht und nie, wie wir zusammen in Berlin gespielt haben. Ich wünsche dir weiterhin auch in deiner Karriere, aber auch in deinem Leben viel Erfolg, viel Spaß und bleib gesund. Und hoffentlich sehen wir uns wieder. Ein Prost auf dich! Ein Prost auf dich!